Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Valheim und ja, Darko ist derzeit im Urlaub. Ich war die letzte Zeit sehr aktiv, habe immer wieder hier Dings und so Felder bestellt. Man sieht es auch, ich habe hier ein bisschen währenddessen immer mal rumgebaut, dass das hier alles ein bisschen safe ist. Und ja, habe auch zwischenzeitlich immer mal die Erze durchgebrannt, die wir noch hatten, also die Rohärzte. Ich bin zu schwer. Oh, hier haben wir noch eins. Ich bin zu schwer. Und ja, da ist ein bisschen was rumgekommen. Man sieht es auch, ich habe gegen ein paar Loks gekämpft, Loks oder wie die heißen. Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Ist mir ja im Grunde auch erstmal Schnuppe. Und ja, habe dann auch noch auf den einen oder anderen Raid abgehalten. Ich habe jetzt gut vier Tage lang mehrere Stunden gespielt, damit ich halt ein bisschen was für die Folge habe. Und ja, muss man erst mal lunzen hier. Hier kommt das Fleisch rein. Moltenberries war... Wow. Moltenberries sind einfach mal randvoll. So kann man es auch machen. Holz haben wir keins, aber Feuersteine haben wir. Die Nadeln für Giftpfeile ist immer gut. So, da habe ich noch mehr Feuersteine. Jo, ähm, ja, ich will heute nämlich das schwarze Metall ein bisschen bearbeiten. Los, gehen wir raus, wofür. Daku hat ja schon ein Schild. Ich möchte mir auch eins machen. Und wir werden dann aber auch gleich noch einen Ticken weiter gehen. Wir werden uns alles herstellen, was wir können. Äh, Money haben wir auch noch. So. Pfeile dahin. Äh, was brauchen wir denn alles? Ich will als erstes ein Schild haben. Hier. Edelholz, Schwarze Metall, Ketten. Äh, Edelholz. Oh. Oh. Das habe ich vergessen zu farmen. Na, das kann ja was werden. So, wir stellen es mal her. Da haben wir unser neues Schild. Ähm, Schwarze Metall-Axt. Hätte ich natürlich auch gerne. Dazu brauchen wir noch Lineswirn. Den müsste ich, glaube ich, noch herstellen. Den habe ich leider noch nicht hergestellt. Oh, wir haben elf Stück. Oh, das passt. Äh, hier. Ich will die Axt. Schlitzen 95. Schlitzen 70. Ja, komm. Herstellen. Scheißdrüff. So, und das ist das Messer. Das wollen wir natürlich nicht haben. Wir wollen das Schwert. Äh, äh, ja. Edelholz. Äh, 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 äh. Aus was macht man noch mal das? Äh, äh. Ich sage Flaxfasern. Ah, okay. Muss ich mir merken. Jetzt muss ich erst mal gucken. Hier hinten ist alles full. Äh, äh, hier haben wir das. Das heißt, hier vorne kommt dann der Spaß alles rein. Flax, 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 Flax. Flax. Boah, dieser Hund. Ja, komm. man sieht es hier ist hat sich gut was aufgebaut bei uns fast jede kiste ist voll so was kann man alles schön nebenbei machen und ja warum nicht ja bong 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 oh es wird nacht das heißt wir können alles wieder schön schön überspringen Oh Gott tutututfuttu nice nice Oh, ja. Zwölf mal mehr. Äh, so. So, das brauchen wir auf jeden Fall. Ähm, das Edelholz werden wir bestimmt auch benötigen, ne? Ketten. Und das. Schwarz, Metall, Schwert, Schlitzen, 95, Blocken, 10. Und das macht Schlitzen, äh, 93, Blocken, 10, Geist, 4, äh, 45. Okay, scheiß drauf. So, wie sieht denn das aus? Ja, ja, okay, und die Axt? Ja, gut. Die Form ist auf jeden Fall schon mal richtig nice. Kann ich mich nicht beschweren. Ähm, gibt's noch irgendwas? Irgendwas Besonderes? Äh, Schwarz, Metall, Sturm, Schild. Es gibt keine Picke. Okay. 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 Gibt's hier irgendwas, wofür wir Schwarzmetall brauchen? Nicht wirklich. Nee. Dann machen wir uns jetzt auch gleich noch die neue Rüstung. Äh, was braucht man dafür? Ich glaub, Eisne. Jo, Eisen und den Zwirn. Okay. Da haben wir schon das Problem. Ich hätte Zwirn herstellen müssen, ne. Äh, dann... Moment mal, da kann ich doch gleich mal hier upgraden, ne. Wenn wir schon dabei sind. Äh, 10 und 5 passt. Und jetzt einmal... Wenn wir schon dabei sind, dann upgraden wir natürlich auch alles. Äh, upgraden. Hier. Das, das und das. Die Axt wird auch noch aufgewertet. So. Wieder schön anordnen alles. Wir brauchen auf jeden Fall Edelholz und Zwirn. Äh, das alte Schwert kann ich mal ablegen, ne. Das brauche ich tatsächlich jetzt erst einmal nicht. Ist das hier fertig? Immer noch nicht. Kann man Ehenzwecken machen. Gut. Essen, Tränke hab ich noch. Da würde ich sagen, äh... Geronimo, wir gehen Edelholz vor, am nebenbei. Dafür macht sich die Ebene nämlich besonders gut. Ah, die wachsen noch. Und ich hab mir vorgenommen, ich werd auf jeden Fall noch so ein Lox, 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 Lix, äh, Tame. Das muss einfach sein. Ohoho! Nicer Scheiß, auf jeden Fall. So, hier oben hat er mit Darko alles geklirrt. Man sieht's, hier hab ich auch schon ein bisschen was abgerissen, ne. Was muss, das muss, würd ich einfach mal sagen. So, da wollen wir doch mal gucken, ne. Wie gut ist die Axt? Au. Na, aufpassen, dass hier nicht hinterrücks ein paar Goblins auftauchen. Äh, machen wir erstmal die, ihr Kleiner. Ich nehm auch nur das Edelholz mit. Da ist doch schon einer. Alles klar. Das Schwert haut rein. Das Schwert haut mal durch, ey. Also, hoho. Ohoho. Das Schwert haut ja mal durch, ey. Bleibst du. So, du kulassst mir nicht weg. So, wie viel Holz haben wir denn? Gut. Oh, jetzt können wir das Schwert uns mal so richtig schön angucken. Boah, geil. Oh, warum nicht? So, kurzen Schuh Kaffee getrunken hier, denn wir haben es gerade früh um halb achte. So, ein Krümelkacker, ey. Hat der mich doch noch erwischt. Ui. Ich muss auf jeden Fall im Schwarzwald auch wieder Rundholz organisieren. Das ist nämlich hier auch ordentlich draufgegangen. Ah, ha, 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 ha. So, aber jetzt. Das reicht auf jeden Fall wieder, um eine Aufwertung vorzunehmen und um die neue Rüstung herzustellen. Äh, das hier, die Stacheln da. Ich glaube, Eisen brauchten wir ja jetzt für die andere Rüstung. Wollen wir mal gucken. Ähm, ja, genau. Gepolsterte Brustpanzer. Ja, das war's schon. Wow. Wow. Eins konnten wir herstellen. Eins. Ein einziges. Ähm, ach, und das braucht dann nur... Oh, Hallöchen. Wenn's nur Eisen braucht, ist doch geil. Wisst ihr was? Moin. Und das müsste jetzt Maximum sein. Genau. Das werten wir noch kurz auf. Äh, Schwarzschild Max-Quality. Yo. Maximale Qualität. Äh, wir brauchen noch mehr davon. Ganz viel. Haben wir gerade mal zehn Stück. Äh, das war Flax, oder? Ja. Also, ihr seht, selbst das, ähm, ja, Ansammeln bringt nicht viel, weil, ja, ist ruckzuck alles wieder weg. Könnt eventuell davor noch ein zweites Teil bauen. Oh, da wir hier aktuell nur zu zweit spielen, reicht das eine vollkommen aus. Äh, 40 passen dann rein. So. Diesel, Blutsack, Mehl. Rot gibt Gesundheit, 40, Ausdauer 70. Ne, wir machen das hier. Äh, wir machen das hier. Pisteln waren hier oben, äh. So, das war das. Jetzt hauen wir das hier wieder rein. Schön, schön. Wie viel haben wir? 14. Oh, das dauert noch, das dauert noch. Das dauert, das dauert. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal Stufe 4. Das ist richtig, richtig geil. So muss es sein. So muss es sein. 16 sind noch drinne. Du, 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 du. Äh, können wir mal gucken. Wir brauchen noch die gepolsterten Beinschienen. Wir brauchen 20. Und dann gab es noch den gepolsterten Helm, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, Weltspeicher. Gepolsterte Helme auf 15, 35 Stück. Und ich hätte gern einen neuen Umhang. Und zwar... Was ist das denn? Okay, zwei Silber, äh, sechs Loxpads. Ich stelle mir das jetzt alles her. Äh, haben wir ja alles hier drinnen. Äh, Loxpads. Oh, was war das? Andere Eisen? Ne, Silber. Haben wir noch so viel Silber? Ja. Ich muss jetzt einfach mal gucken, wie der aussieht. Boah! Boah! Sieht ja geil aus. Was braucht denn der andere Umhang nochmal? Ah, scheiße. Der braucht auch so viel. Boah, aber der gefällt mir. Muss ich ehrlich sagen. Also... Der sieht geil aus. Der sieht ja mal richtig fresh aus, ey. Äh, die können raus. Die Rüstung kommt dann hier unten rein. Ich muss hier echt mal alles richtig sortieren. Äh, das einmal alles raus. Äh, das. So, 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 so. Hm. Ja, ja. Ähm. Das war Streitachs. Eisenachs. Ich glaube, das kommt dann hier mit rein. Ach so, warte mal, Eisen. Hier haben wir ja das andere. Gut, da brauchen wir hier nichts so weit drin, ne? Da kommt das hier mit rein. Äh, das kommt... Das ist Bronze. Das müsste normalerweise hier hinten mit rein. So. Und dann machen wir den Spaß hier rein. Picke, picke. Die Hacke. Genau. Und der Hammer. So, so, so. Haben wir wieder genug. 23. 23, 23, 23. Hier. Das da. Das waren jetzt die beiden Dinger. Werden wir auch gleich komplett off. So, Max Quality. So muss es sein. Ja, oh, 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 oh. Ja, ja. Ja, gut. Ich werde jetzt warten, bis der Flaxen durchgerattert ist. Und wenn ich genügend da habe, werde ich die nächste Folge starten. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt. Genießt den Tag. Und bye, bye. Schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Nostage is the dance, your body never stops.